Wir lassen Ihnen austanzen, noch nach uns und unseren ersten Hauptstadtmeister Wolfgang. Applaus Applaus Na ihr Applaus für Greycock, unseren weißen Riesen. Der Hengst, der mittlerweile die Hauptgeschäler Riegel gekämpft hat. Ich habe das Gefühl, dass der Mautzen bestimmt alt wird. Also natürlich nicht ein Alter im Fall von Schnellalter, sondern ein Alter in Form von, dass er das zum Lebensende bei uns bestand bleibt, weil er so gut nachgefragt wird. Komm, wir nehmen das Glück in die Hand. Applaus Ja, wir hatten hier schon Stuntbands aus Belgien. Wir hatten hier schon allerlei Genre. Ja, wir hatten hier schon wieder. Ja, wir hatten hier schon immer noch mehr an den Einflinen. Und dann, wir hatten hier Gclock. Wir hatten hier schon wieder den Einfluss. Genau! Richtig ist. Sehr gut!